Guten Abend, heute mal wieder auf diesem Wege mit Handy. Liegt einfach daran, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokführer streikt und ich jetzt nochmal kurz benachrichtigen möchte, es befinden sich derzeit noch zwei Videos im Upload bzw. eigentlich sogar drei auf zwei Rechnern. Das dauert aber alles eine Zeit von zu Hause aus, ist halt nicht so komfortabel wie über den Server auf Arbeit. Wegen dem Streik der GDL kann ich diesen Upload halt nicht fix vollziehen, sondern es wird mir Wartezeit verbunden. Ich wollte nur mitteilen, so ich bin jetzt doch tatsächlich mal in der Kakteenbucht angekommen und hab schon ein bisschen was fürs Holzfällern gemacht, obwohl ich jetzt halt gerade frisch hier bin. Hab schon ein bisschen was fürs Angeln gemacht und quasi diese Sammel- und Erledigungsquests und sowas, die funktionieren, ah ja, eine Libelle, oder was? Die funktionieren auch, wenn man gerade anderer Beruf ist. Ja, das ist jetzt die zweite Libelle von drei, die ich brauche oder sowas. Naja, wenn wir einen Großartigungspunkt haben, das sollte ich am besten Holzfäller sein, aber ich werde es auch so überstehen, denke ich, also wächst ja wieder nach. Ja, wie gesagt, ich wollte nochmal sagen, ich bin in der Kakteenbucht angekommen. Der Upload ist dauernd jetzt wieder ein bisschen, ich bin Montag dann wieder auf der Arbeit. Und ansonsten werde ich dann vermutlich im Laufe des Wochenendes, nein, einhändig ist schwierig. Im Laufe des Wochenendes dann mal diese angekündigte Bildergalerie zusammenstellen und der, das wird vermutlich nicht so groß werden, das kann ich dann vermutlich relativ schnell hochladen. Ähm, die Qualität ist glaube ich schon deutlich besser, ne, als mit der anderen Kamera. So, ähm, dann möchte ich jetzt aber nochmal, gut, ich würde jetzt gerne sagen, ganz fix dies und das, ähm, erwähnen. Ich könnte es wahrscheinlich auch einfach per Video auf YouTube verlinken. Aber, naja, ganz fix ist halt nicht mit dem E-Shop. Ich halte wahrscheinlich sowieso gerade die ganze Zeit das, das Mikrofon zu, ne, das wäre natürlich ärgerlich. Komm hier, mach hin. So. Jetzt wurde der E-Shop soweit geladen, dass der Ladebildschirm erst beginnen kann. Das finde ich immer wieder faszinierend. Ähm, mit dem New 3DS wird ja alles besser angeblich. Ähm, ja, was ich noch definitiv erwähnen möchte, ist, ähm, ich habe es in den letzten Videos, oder doch vor einiger Zeit immer mal wieder, äh, angesprochen. Übrigens, das ist ein Spiel, auf das mein kleiner Ruder sehnsüchtig wartete. Ich habe es immer wieder angesprochen, ähm, im Lauf der vergangenen Videos dieser Reihe, ich glaube, dreimal zuletzt vorgestern oder so. Und dann kam gestern dieses Nintendo Direct, übrigens das erste, was ich, wo ich doch tatsächlich, äh, 10-15 Minuten gucken konnte und wollte. Und, äh, auf jeden Fall kam gleich der Knüller. Ich dachte, ich, äh, falle um. Das, äh, ist genial. Ich bin das glücklichste Mädchen der Welt gewesen heute Morgen. Also, dass ich das dann sage, ich habe ja gestern Abend keine Lust, das anzugucken. Jetzt spinnt der Fokus. Wie schade. Ich habe kurz eine Idee. Ich pausiere das Video im eShop und pausiere das Video auch mal kurz. Dann klappt es ja oftmals. Na, viel besser ist es nicht geworden, ne? Ihr könnt es euch auch an anderen Stellen angucken. Ich werde am besten einfach den Trailer irgendwie verlinken oder sowas. Ich bin, ich habe heute Morgen kreischen können. Also, echt, Gänsehaut pur. Danke Nintendo, dass ihr es auf die Reihe gekriegt habt. ? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich finde es so cool Also wirklich einen herzlichen Dank an Nintendo an dieser Stelle Das werde ich mir dann natürlich auch kaufen müssen Obwohl ich ja eigentlich kein Freund von Steelbox bin Ich habe auch die Bravely Default Collector's Edition Auf dem Regal stehen Habe es aber noch nie gespielt Mir ist also noch original eingeschweißt Ein Stilburg Ein Poster Gefaltet, also quasi nichts wert Und diese Anstecknadel, die man ganz am Anfang gesehen hat Schwuppdiwupp Amazon hat es wohl noch nicht mitgekriegt Das Nintendo Direct von gestern Ich konnte es auch noch nicht vorbestellen Aber dafür gehe ich auch über Leichen Oder notfalls zum GameStop So, äh, ja Soll ich das Nintendo Direct vielleicht am besten selbst an? Es lohnt sich wirklich Also da ist wirklich für alle was dabei Also Mario Kart 8 Majora's Mask Für mich überraschend Der Trailer zu Toad Treasure Tracker Ist, äh, auch genial Und Santa 4 Wer es mag, bitte Splatoon Shovel Knight Ja, Pigment Short Movies Ich finde eine sehr, sehr witzige und Liebenswerte Appearance von Miyamoto Außerdem, er spricht seine Landessprache Und versucht es nicht auf Englisch zu machen Und, äh Weiß nicht Er ist einfach ein sehr sympathischer Kerl Ja, NES Remix Wer mag, okay Und Sonic, wer mag Egal, aber Schaut es euch an Es ist echt für jeden was dabei Es ist toll Und Majora's Mask Auf dem 3DS Jetzt fehlt nur noch Secret of Mana Und ich glaube Dann brauche ich auch keinen Baum mehr pflanzen Oder sowas Kein Haus bauen Dann habe ich alles erreicht im Leben Gut Lassen wir das an dieser Stelle Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und danke an die GDL Dadurch, dass ihr streikt Hatte ich heute relativ frei Habe dadurch aber auch weniger Zeit zum Zocken Hm